Und 0-0 gegen Werder Bremen. Ja, gut. Ja, komm. Spielen wir so? Wir spielen so? Wir spielen so? Ja, wir spielen so. Ja, ich danke, oder? Oh. Ach so, wegen Vertrag läuft es aus. Na, gut. Gut, warte. Spielen wir das Spiel hier? Ach, fuck. Hm, hm, hm. Jerome, was hast du gemacht? Konstellation. Ey, alle Bede. Ja, das sind halt zwei riesengroße Talente, die ich da habe. Hm, hm. Ey, es gibt... Ich glaube, dieser hat die Hand auf Rücken. Das ist ja. Hm, hm, hm. Frank Rost. Ich kann ja nicht, ich will aber jetzt noch nicht alle Bede, oder... ...irgendjeden von den Beden auswechseln. Ja, Tor. Wieder die Wiese-Vitsch. Hm, 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 hm. Konzentration. Hm, 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 konzentration. Darauf gehen. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Das fände ich gut gewesen jetzt, ne? Ja, was kann ich denn aber noch tun? B-b-b-b-links, zentral und tief, b-b-b-b-b, ne, ich lasse so weiterspielen. Hier kommt aber auch nix, 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 drauf, Guida und Yago, die kriegen gar nicht einen Ball vorne, hm, Turan, geh nach vorne. Na gut, dann nehme ich halt mal PrimaTro hoch, ne, wir machen das so. Mal sehen. Mach doch mal jetzt jemand, wird doch mal eine 3-Store. Kommt nix, kommt nix. Na, das wäre vielleicht mal interessant geworden. Ach, Mensch. Das wären wichtige Punkte. Da. Hm, 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 hm. Na, bringen wir mal Petric. jetzt. Total gut. In den letzten 10 Minuten. Mhm, hm, hm. Schlecht. 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 Gucken wir mal hier. Guesa. Guesa ist ja schon der zweitbeste. Na gut, danach kommt der Fußpaportier. Oder davor. Aber Gladbach ist auch nicht mehr der Bringer. Also Raul Popadiers war auch eine Überlegung wert. Aber ich verstehe das nicht, dass er so gut, oder sagen wir so, so viele Tore schießt. Hm. Jetzt mal so von den Stärkepunkten weggenommen. Tore hier hat er ja nun nicht gerade wirklich beragen, oder überragend, sagen wir mal so. Hm. Kann nicht sein. Es geht. Wie alt ist 24? 10, 20. Hm. Robust, okay. Schusskraft ist nicht schlecht, sagen wir mal so. Aber irgendwie. Hm. Na gut, haben wir mal drüber geredet. Hm. Ja, Nürnberg, hier, da dreht das auch noch. Unterwegs noch. Ja, da bist du halt nicht mehr motiviert, es tut mir leid. Ähm. Hm. Hm. Habe ich denn eigentlich noch Geld? Hm, 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 hm. 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 Dann werde ich mal eine riskante Aktie anlegen. So, na gut, dann mache ich jetzt den Schluss und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ja.